Rolf Krohn wurde heute am 24. November im Amtsgericht Landsberg zu ein Jahr und neun Monate auf Bewährung verurteilt. Der Gerichtssaal war viel zu klein. Es sind circa 20 Menschen nicht reingekommen. Wir sind dann kurzerhand in ein Café gegangen. Es hat fürchterlich geregnet. Jeder Mensch ist frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Hier kommt Rolf Krohn aus dem Gerichtsgebäude nach der Urteilsverkündung. Die Stimmung ist trüb, denn er wurde zu ein Jahr und neun Monate auf Bewährung verurteilt. Dafür, dass er Menschen befreit hat und ermöglicht hat, frei zu atmen. Jeder kann dazu beitragen, dass dieses Unrecht an der Öffentlichkeit gelingt, indem er dieses Video teilt. Danke dafür und natürlich danke für die Unterstützung des Vereins Free People Germany e.V.